Collected Stars Ja, oh, das wird so stressig, man Ach du Scheiße, okay, wie krieg ich das jetzt am schnellsten hin? Sag an! Ja, ja, so Und dann wechseln, oder? Jo, so geht's am besten Ich hab grad was getrunken, deswegen konnte ich mich reden Alter, wenn du abgehst, ey Ich geh so ab, ey Alter, ey, du schaffst es, voll locker So einfach find ich das gar nicht Das ist aber, das ist echt einfach Jaja, komm, ey Ich wollt grad sagen, ey Ich dachte auch grad, ey, was denn jetzt was? Ey, was ist jetzt hier in der Entzündung? Boom Und noch ne Bananen, Alter, was man alles in einem Level finden kann, ey Ja, Mann Das ist richtig eklig Boah, check mal wie geil ich bin, Mann So geil, ey Das war doch im ersten auch so, wo man mit den Nashorn die Tür eingerammt hat Das war ja auch so ein Bonus, ne? Ich geh mal zum Opa hoch Oh, das weiß ich nicht Das weiß ich nicht Oh, das weiß ich nicht Oh, das weiß ich nicht Don't say hello to your old grandpappy, Cranky I'm back by popular demand to offer you my wealth of game-playing wisdom for this unnecessary... okay Hey, zu lesen Team up, I've never heard such rubbish in my life When I played I was on my own I had no fancy backup See, you are back again Everybody likes the old cranky I bet my ugly old wife doesn't get half as many visits Enough talk, let's see your results, oder was das? Ich hab nur nach links gedrückt, ey Jesus ist auch wieder mit Köpfen, ey Das ist wichtig für mich Cranky Kong hast du? Habe ich gerade rausge- oder ist das der alte Sack? Ja, das ist der alte Sack Achso Oh, schwer versteckt, ey Richtig schwer versteckt Ich wär da bestimmt nicht draufgekommen, ey Ich wär weitergelaufen, weil ich ja Panamon... Was musst du machen? Feind zu toten Hast du dich gerade selber? Ja Oder musstest du Glück haben? Aber ich spiel noch rein Ja, du gehst einfach noch mal rein Genau Ich wollte die eigentlich töten Aber ich hab gemerkt Die lässt sich nicht töten Hä? Ja, schmeißt doch die Kiste dagegen, ja Da ist er doch Jetzt sammeln die noch ein und dann die Bananen Jawohl Hä, wie schlecht ist das Spiel? Ja, was weiß ich nicht, wie schlecht das Spiel ist, von 1995 Siehst du an den Figuren, wie schlecht das Spiel ist Guck mal, der da Der hat ein Holzbruch War das eine dann nicht eben Klapsmüll-Mario, dieses erste... Da, Klapsmüll-Mario ist das da Ja, also... Der... Was hat denn der an den Beinen? Sind das Federn? Keine Ahnung, ey Öffne die Truhe Jawohl, ey Da, ich öffne die Das war knapp, ne? Merkst du selber Ja, da weißt du, was ich jetzt noch die mal rein Du kannst den einfach so töten machen Ich hab den voll ins Wasser ge... Wow Okay Das kannst du bestimmt nicht, oder? Nee Mit meinem Schwanz, komm, wetten Komm, switch, los, switch Ja Jetzt ist es nicht ein Ich fühle mich gleich mal mit meinen Haaren Ich... Tut bestimmt voll weh, ey Die müssen reißen Jetzt stirbst du an der Ratte, was musst du denn da? Hä, wo... was? Da holst du so halt aus, für nichts... Ja, guck, ich sterbe an dir Ich sterbe an dir Ich sterbe an dir So muss man die töten Weißt du, weil ich wieder den hab, der scheiße wirft Ja, komm, heul nicht rum Hier, so geht's Mach ich aber Doch Ja, jetzt brauche ich dich, weißt du? Hol mich Ich war links oder so Ja, ich weiß Ja, ich weiß Ja, jammer schon rum Jetzt pass auf Wow, guck mal, bei mir sieht's sogar viel cooler aus Ja, weil ich... Deine Mütze ist abfall Deine Mütze ist abfall Ja, weil meine Mütze der Erdanziehungskraft widerstehen kann, ey Kannst du nicht So Das find ich voll cool mit diesem, äh, Aufheben Das haben sie gut gemacht Ja, das stimmt Dass man da so Stellen überbroten kann und so Gut, dass ich wieder gar nichts sehe Ja Der vierte Dongy-Kong-Teil ist bestimmt mit, hier, dem Baby und dem Neunen Man kann's nicht töten Was ist das? Springen nur auf den Rock Springen nur auf den Rock Meinst du es stresst? Ja Ja, komm ey Springen nur mal auf den Roll Das hast du gewusst, ne? Ja, natürlich Das ist Nazi, ey Jetzt ist ja natürlich Du hast du das gesehen Stipps sowieso wieder vorm Ziel Ich darf nicht was aber Ich glaub nicht, wenn da keine Bananen in der Lassen Gesehen, wie ich dir folgen kann Bam Das war gar nicht schlecht, war Köln und ganz schweben nach dem Stern der DT 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 ich habe den Verscheißer als der DT 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 selbst die Verkackte Köln in den Kindern in den Schmeiß nicht gehen klar ich bin der Waffenmann hat doch gesagt ich bin verdammte Waffen es ist voll geil bei der DT der DT der DT 15 Sekunden schafft man gar nicht mehr nur noch 8 Sekunden von 15 ich habe nicht mal die Hälfte verbraucht ach komm ey komm wirklich hab ich echt nichts ich müsste gleich nochmal was essen glaube ich glaubst du ja dann müssen wir eigentlich Pause machen oh der Bananencoin ne ich würde lieber 10 egal ich habe das Level geschafft ich finde das Alter das war mein Level oder nicht haben wir nicht nur abgeklatscht wegen irgendwas Konkurrenz was ist Konkurrenz ne Schule Hallo Dearest hier braucht man die Münze hier hier Konkurrenz I am available to teach courses on how to play this game or you can just pop in when you want to save your little old game now then how can I help you SafeGame KongFamilyCoinSwimming Zelt gehen müssen der Kummer den Speichern kommt für mich und zu nehmen in der Klinik so kommen die Kosten von mir das mal durchgehen seit dem Kurs ist zwei Kräfte von Femm Goldkorn mit Bandschrift den Nenner von mit den haben wir umliegt Köln die Sänzten die Zukunft der Mieter Fächer Kirsten das ist die Partie zu tun das ist ein Aborto und auch mit dann kommt und haben die Wissen und Schalke in der Karte ziehen klingt als wüssten ein Moment so ich weiß nicht bei ihr aufbohrst Körgermeister team ab ...was wussten wir? You can throw your partner to defeat enemies and preach in the physical features plus alien and split up. ...and area guardian. Throw Crow's eggs back at him, he won't like it. Crow's eggs... Ach, da ist der Boss! Tipps für den Boss! Voll dumm... Ja, irgendwie... ...da werden wir selbst drauf gekommen. Ok, machen wir das einfach jetzt? Du heißt jetzt übrigens Chris Ja, ich weiß Ja, ich glaube schon gemerkt, dass du neuen Namen hast Ja, neuen Namen Fällt mir Sehr, wir machen noch Dann ist die erste Pause nötig Ich muss mich nicht mehr bewegen So, okay Ja, das sieht geil aus Wir sind im Schiffsrumpf Und da oben war doch gerade irgendwie Ne Toll, wie komme ich denn da? Wir machen misstrauisch Da oben war doch was Nein Doch, Mann Ist jetzt egal Ich stehe das Wasser Das ist einem zur Rose Das Wasser kann gar nicht steigen Das geht eigentlich gar nicht Fake, es gibt gar kein Wasser Okay, ich gehe einfach mal rein Okay Ja Kratz, oder was? Ja, kratz Ja, dann weiter Den darfst du bedullen Den darf ich berühren Das glaube ich dir auch direkt Oh Das ist steiglich, oder? Ja, guck mal, wenn es jetzt steigt Kann ich ja sowieso hier lang gehen Ja, ich habe es gehört Es leckt schon wieder, ne? Ja Firefox oder so Habe ich ausgemacht Ja, okay, dann schläg ich mich zurück Nee, nee, nee Aber man schwimmt echt schnell, guck mal Ja Das geht echt fast So, hier hoch Den darf ich auch berühren Den auch Die darfst du alle berühren Dann kriegst du immer diese Bonus-Winzen Oh Da rechts vielleicht Vielleicht mit dem Fisch Ich habe den Fisch, ne? Ja, aber vielleicht gibt es den ja hier Das weißt du ja nicht Obwohl, du kennst ja die ersten Ich erinnere mich überhaupt nicht an den Mist hier Den darfst du rein Geh mal unten lang, oder? Ja Oben geht es ja nicht weiter Ich erinnere mich so Ich erinnere mich einfach Ich erinnere mich einfach